Also ich habe den kleinen Planeten Pluto und der umkreist seinen Mond Charon und die umkreisen einen gemeinsamen Schwerpunkt. Und deswegen gilt jetzt hier der allgemeine Kepler, also nicht mehr der normale Kepler. Hier haben wir beide Massen drin, statt M1 M2 mache ich gleich mal M, Masse vom Pluto und Masse vom Charon. Und was ich jetzt berechnen kann, ist die Gesamtmasse, also die Summe aus diesen beiden Massen. Also die Masse von Pluto plus die Masse von Charon ist die Masse vom Gesamtsystem. Das ist jetzt so großer Bruchstrich und dann habe ich hier 4P², das R geht nach oben, R hoch 3, T² geht nach unten. Und da unten ist noch die Gravitationskonstante, die ist hier. Gravitationskonstante, wichtig ist, dass ich bei der Zeit, die Zeit ist hier in Tagen gegeben, das muss immer in Sekunden umgerechnet werden, also 6,3 mal 24 mal 60 mal 60 und dann habe ich Sekunden und das ist hier hoch 2. Und die Gravitationskonstante ist klar und 4P² ist klar und R auch nicht in Kilometern, sondern im Meter. Also 19.400 und nochmal 3 Nuller dran und dann Meter und das Ganze hoch 3. Und dann bekomme ich die Masse vom Gesamtsystem, also M Pluto plus M Charon, habe ich so eine Gesamtmasse von 1,46, 1,46, 444, hier bin ich so, 1,46 mal 10 hoch 22 Kilogramm. Gut, und jetzt sind bei dieser Aufgabe noch die Durchmesser, Durchmesser Pluto, Durchmesser Charon gegeben und damit kann man die Einzelmassen, Masse, Pluto, Masse, Charon abschätzen. Mit den Durchmessern berechne ich erstmal die Volumina. Und da gibt es eine Formel aus der Mathematik, also die Volumen der Kugel ist 4 Drittel R hoch 3 Pi, hier hoch 3, weil ich brauche Kubikmeter, dann habe ich das Volumen vom Pluto, dann muss ich den Durchmesser halbieren, ja, also der Radius ist 1,5 mal der Durchmesser logischerweise und dann 4 Drittel und das Einsetzen, das haut alles hin und ich bekomme 5,58, 5,58 mal 10 hoch, ich habe es in Kubikmetern 18 Kubikmeter, in dem Fall könnte man es auch mit Kubikkilometer machen und der Durchmesser vom Charon ist 8,17 mal 10 hoch 17 Kubikmeter, das schreibe ich damit so ein bisschen anschaulicher, ist auch mit hoch 18, also 0,187 mal 10 hoch 18 Kubikmeter, dann kann man es schön vergleichen, also der hat wirklich weniger Volumen als der Pluto, deutlich weniger und ich mache jetzt hier mal die Summe, also Pluto plus Charon, das Volumen vom Gesamtsystem ist jetzt, wo habe ich das, hier habe ich es, 6,4, genau, 6,4 mal 10 hoch 18 Kubikmeter, so, und jetzt berechne ich den Anteil vom Pluto am Gesamtsystem, also hier die 5,58 mal 10 hoch 18, Anteile sind Brüche, dividiert durch 6,4 mal 10 hoch 18 Kubikmeter, also das ist das Volumen vom Pluto, durch Volumen vom Pluto plus Volumen, Volumen Charon, so, Volumen Charon ist gleich, und da kommt raus 0,87 und das sind 87%, also der Pluto hat fast 90% vom gesamten Volumen und die Idee hinter dieser Aufgabe ist, dann wird er auch fast 90% von der Gesamtmasse haben, also die Gesamtmasse kenne ich ja, also M Pluto plus M Charon, das waren diese 1,46, 1,46 mal 10 hoch 22 Kilogramm und wenn ich davon 87% nehme, das ist einfach 0,87 mal 1,46 mal 10 hoch 22, dann Kilogramm, Kilogramm und da bekomme ich raus die 1,3 mal 10 hoch 22 Kilogramm und das ist eine Abschätzung für die Masse des Plutos, genau, weil der fast 90, also der hat 87% vom Gesamtvolumen, dann wird er wahrscheinlich auch 87% von der Gesamtmasse haben, das ist so die Idee hinter der Aufgabe, dann ist es so, dass der Literaturwert anders ist, weil die nicht die gleiche Dichte haben, der Pluton hat ein bisschen mehr Dichte und deswegen mehr Masse, gut.